Wir haben auch diese Woche wieder wunderbare Zeugnisse bekommen und so viele Zeugnisse erhalten wir über die Internetkirche, all die, die zuschauen, all die, die wöchentlich oder regelmässig dabei sind. Es ist toll, es ist wunderbar, wie Sie uns Zeugnisse einschicken. Wir sind so happy, unsere ganze Versammlung begeistert sich jedes Mal mit Ihnen, das Zeugnis anzuhören und wir freuen uns so sehr, was der Herr tut in Ihrem Leben. Also schicken Sie uns Ihr Zeugnis und so können wir es alle erfahren. So viele gute Dinge passieren und gehen verloren, weil nie jemand ein Zeugnis gibt oder nie jemand ein Zeugnis schreibt. Hier schreibt uns jemand, liebe Gemeinde, vielen Dank für euren Dienst und die Hingabe der Gemeinde, das Wort umsonst auszuteilen. Das seid ihr. Amen. Es geschieht Befreiung auf der breiten Ebene bei mir von Minderwertigkeit, Depression, Rebellion, Stolz und Verdammnis in meinem Leben durch die Online-Botschaften. Das ist eine breite Palette. Außerdem hatte ich immer noch ein tiefes Gefühl der Verurteilung und Ablehnung und der Minderwertigkeit, so dass ich glaubte, ich könne mich mit meinem alten Leben nicht vor dem Vater sehen lassen. Das Thema Rebellion habe ich eigentlich wegen meiner Kinder angehört. Ich habe aber festgestellt, dass ich erst einmal meine Rebellion dem Herrn übergeben musste, was die Ordnung wiederherstellt und mir als Mutter meine Autorität zurückgab. Er preist dem Herrn. Aus Stolz habe ich natürlich mit kaum jemandem über diese Problematiken gesprochen. Deshalb kamen eure Predigten zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt höre ich diese Predigten als MP3s beim Putzen, Kochen, Spazieren gehen, was so alles dazu gehört zur Hausarbeit. Sogar meine Arbeitskollegin, die kein Deutsch versteht, kann durch die Predigten die Kraft des Wortes spüren. Das ist etwas, wie sie mir kürzlich berichtet hat. Vielen Dank für euren Dienst, euren Einsatz und ich bin sicher, der Herr wird eure Gemeinde euch mächtig segnen. Preist dem Herrn. Ist das nicht ein gutes Zeugnis? Leute, die nicht einmal Deutsch verstehen. Amen. Empfangen es, spüren es. Hier schreibt uns jemand, ich bin immer wieder aufs Neue restlos von den Predigten und Gottes Wort begeistert. Und man hat auch gar keine Chance, wenn man die Predigten hört, sich zwischendurch auszuklinken. Und an etwas anderes zu denken. Die Predigten begeistern mich im wahrsten Sinne des Wortes so sehr, dass man immer mehr davon hören und konsumieren möchte, ja regelrecht aufzehren möchte. Ich zähle mich mit zur Familie Gottes, auch wenn ich nicht regelmässig nach Rapperswil kommen kann. Man sollte doch sowieso alle Christen auf der ganzen Welt als eine Familie, ja die Gemeinde Gottes, ansehen. Verbunden in Christus, herzliche Grüsse. Das ist Internetkirche. Amen. Auch wenn man nicht hier sein kann, dann ist man dabei. Hier schreibt uns jemand, ich bin begeistert wegen der Internetkirche. Ich bin so sehr dankbar für dieses fantastische Werkzeug, das ins Leben gerufen wurde. Denn ich bin im Moment ohne Gemeinde. Und Gott sei Dank gibt es euch. Ich habe mir die Botschaften als Podcast gedownloadet und warte jede Woche auf die neue Predigt. Bis ich eine neue Heimatgemeinde gefunden habe, seid ihr die Gemeinde. Amen. Ich treffe mich jetzt sogar mit meinen Nachbarn sonntags, um in den Gottesdienst zu gehen. Das bedeutet zu euch zu kommen, online. Sicherlich liebe ich die lokale Gemeinde und würde auch sehr gerne wieder ein Teil dessen sein. Ich möchte mir mithelfen, dienen, ein Segen für andere sein. Und dennoch gehe ich nicht nur sonntags einfach so in den Gottesdienst, sondern ich bin sonntags auch bei euch. Ich bete dafür, dass euer Dienst weiter sich ausbreiten wird, bekannt gemacht wird, in allem Munde, um ein Segen zu sein für alle Menschen. Preis dem Herrn. Ist das nicht gut so? Die Leute fragen mich immer wieder, Internetkirche, ist das eine Kirche? Ja. Ja. Die Leute fragen mich immer wieder als zweites, wie geht das? Nun, es geht auf beiden Wegen. Wenn du eine gute Gemeinde hast, wenn sie eine gute Gemeinde haben, wenn sie zuschauen, dann seien sie Teil ihrer lokalen Gemeinde vor Ort und sie können Teil von uns hier sein. Beides ist möglich. Amen. Beides ist möglich. Und wir dürfen den Herrn nicht begrenzen, weil Menschen so sehr geholfen wird. Und wir haben unseren Platz gefunden. Jeder sollte seinen Platz finden, stimmt's? Und dort ist man am effektivsten. Wir hatten auch diese Woche, wir hatten diese Woche auch wieder über 5000 Downloads. 5000 Downloads. Das kam auch durch die neuen Andachten, die wir jetzt schalten. Jeden Tag eine Tagesandacht. Wer konsumiert die Andachten? Okay, gut. Preis dem Herrn. Und wir bekommen Zeugnisse auch wirklich wöchentlich über die Andachten. Der Herr ist so gut, er hat uns ein gutes, gutes Tool gegeben, ein gutes Werkzeug gegeben. Und darum haben wir so viele Downloads, eben auch als Folgedownloads aufgrund der Tagesandachten. Über 5000 sind es. Und was glauben wir dem Herrn für wie viele? 50.000. Pro was? Pro Monat. 5000 pro Woche, dann sind wir jetzt auf 20.000 pro Monat. Okay, oder sogar mehr. Sogar mehr. Wenn es etwas mehr hat als vier Sonntage, so haben wir fünf. Und dann haben wir die Hälfte. Amen. Wir haben die Hälfte. Ist das gut? Aber es reicht noch nicht. Bist du zufrieden? Aber dankbar, ganz genau. Hör mir zu. Immerreich Gottes kann man nicht zufrieden sein. Hm? Sollten wir zufrieden sein, all die Menschen, die wir schon erreicht haben? Sollten wir zufrieden sein? So in dem Sinne, dass wir nie mehr oder nicht mehr mehr erreichen könnten? War es das? Ist das unser Limiter? Nein, nein. Aber wir sind was? Dankbar für all die Menschen, die wir schon erreicht haben. Wir sind dankbar für was der Herr schon alles getan hat. Aber im Reich Gottes kann man nicht zufrieden sein. Weil das Reich Gottes eine permanente Zunahme und Offenbarung ist. Das bedeutet, permanent liegt Neues vor uns, Gutes vor uns. Darum sage ich immer wieder, für diejenigen, die es noch nicht begriffen haben, die besten Jahre sind nicht hinter uns. Oh, die guten alten Zeiten, streiche das aus deinem Sprachschatz. Streiche das, die guten alten Zeiten und wie gut, wie es früher war und in den 40er und 50er Jahren. Nun, preis dem Herrn, wir sind dankbar, dass es gut war in den 40er und 50er Jahren. Aber jetzt leben wir nicht mehr in den 40er und 50er Jahren. Es war gut in den 40er und 50er Jahren, aber es wäre nichts für mich gewesen. Warum? Weil es noch kein Internet gab. Der Herr wusste das. Wir sind dankbar, aber Glaube erwartet immer mehr. Auch diese Woche hatten wir 895 Franken Einnahmen für unseren CD-Tisch. Wenn Sie heute das erste Mal hier zu Besuch sind, dürfen Sie drei CDs kostenlos gratis mitnehmen. Drei CD-Serien heisst das. Und für alle die, die wiederholt hier sind, eine Serie pro Sonntag. 895 Franken haben wir empfangen. Plus für den Gebäudefonds 3048 Franken. Ist das nicht wunderbar? 3048 Franken. Diverse Spendenanfragen haben wir bekommen per Internet. Immer mehr Menschen möchten sich am Säen beteiligen. Auch das ist eine gute Frucht. Weisst du, das bedeutet, auch für die Zukunft, dass finanziell nicht nur einfach alles auf uns lastet. Das ist, was es bedeutet. Mehr und mehr Menschen, seit wir die Tagesandachten gestartet haben, haben wir wirklich mehrere, mehrere Anfragen per Internet für Einzahlungsscheine. Aus Deutschland, aus der Schweiz, anfragen. Sie wollen mithelfen, mitsäen, mitinvestieren. Und das ist eine gute Frucht. Das ist eine Frucht der Frucht. Amen. Gehen wir mit mir zum Hiob. Hiob 5. Was ist an der Reihe? Fruchtzeit. Früchte essen. Wie viele glauben mit mir, dass wir trotz den wirtschaftlichen Aussichten fruchtbar sein können? Wie viele glauben mit mir, dass wir trotz Zukunftsperspektiven wirtschaftlich gesehen, die nicht zum Allerbesten stehen, man redet von Rezession, man redet von Abkühlung der Wirtschaft, man redet von diversen Dingen, weltweit, auch in unserem Land. Wie viele glauben mit mir, dass wir trotzdem, trotzdem Frucht bringen können? Und dass es uns nicht unbedingt treffen muss? Hm? Siehst du, wir müssten wirklich in diesen Zeiten, die jetzt sind, die wirklich herausfordernd sind, jetzt zeigt sich, wer glaubt und wer nicht. Hä? Jetzt zeigt sich, wer da steht und seinen Glauben hält oder die Hände verwirft und sagt, wir wissen auch nicht mehr, was zu tun ist. Jetzt zeigt sich's. Jetzt offenbart es sich. Dann, wenn nicht alles rund läuft. Dann, wenn nicht alles am Schnürchen läuft. Hm? Ich sage immer wieder, es ist keine Leistung. Es ist keine Leistung für dies oder das und jenes, in dem Sinne zu glauben, wenn alles rund läuft. Sondern die Leistung kommt dann, wenn es nicht mehr so rund läuft. Dann, wenn die Zukunftsaussichten nicht mehr so gut sind. Dann, wenn die letzten drei Monate Flaute war. Aber, trotz deinem Bekenntnis, die letzten zwei Abschlüsse nicht so waren, wie es du dir gewünscht hast. Jetzt entscheidet es sich. Jetzt kommt es darauf an. Denn die Bibel sagt uns, wir sollen nicht nachlassen, matt und müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir was? Ernten. Ernten. Zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Und momentan sieht nichts danach aus, als man für die nächsten Monate noch gross ernten würde. Denn alle sprechen nicht mehr von Ernten, sondern von Sparen. Und alle sprechen von Sicherheit. Und diesen und diesen und diesen Dingen. Nun, der Herr kann dich führen. In dieser Zeit, Dinge zu tun, Dinge zu unterlassen, sei geführt vom Herrn. Frag nicht mich, ob du dein Konto behalten sollst bei dieser oder dieser Bank. Nein, frag den Herrn. Frag den Herrn. Aber das Wichtigste, was nicht passieren sollte, ist, verfalle nicht in Angst und Panik. Das ist das Allerwichtigste. Denn das ist das Gift. Das ist der Motor dieser Rezession, Angst und Panik. Und wir haben vor zwei Wochen von Isaac gesehen, wie er mitten in der Hungersnot, wie er florierte. Das Land war in einer Rezession. Das Land, im Land herrschte wenig Kaufkraft. Das Land war in einer tiefen Depression. Es war eine Hungersnot. Das ist mehr als Rezession. Das ist Depression. Wenn die Leute keinen Job mehr haben, wenn die Leute nichts mehr zu essen haben, das ist schlimm. Was passierte mit ihm? Er wollte nach Ägypten ziehen. Dort ging es besser. Aber der Herr sagte, bleibe. Und was tat er? Er wurde reicher und reicher. Inmitten dieser grossen Hungersnot. Darum sagten wir und machten wir die Brücke, dass es auch finanzielle Hungersnöte gibt. So, wie wir sie jetzt eben auch sehen. Und wir lesen im Hiob 5, wenn sie keine Bibel dabei haben. Sind unsere Ordner gerne bereit, ihnen eine auszuleihen? Diese werden geliehen, diese Bibel. Sollten nicht nach Hause genommen werden. Unser Bestand reduziert sich laufend. Das ist nur eine permanente Saat für diese Stunde. Hiob 5, wir lesen ab dem 19. Vers. In sechs Bedrängnissen wird er dich was? Erretten. Erretten. Und in sieben? Das ist Zunahme von Bedrängnissen. Das ist nicht unbedingt die Zunahme, die wir uns wünschen. Aber was ist, wenn es passiert? Was ist, wenn der Druck zunimmt? Was ist, wenn Bedrängnisverfolgung, wenn dieser Druck zunimmt? Nichts Böses soll dich wirklich antasten. Wird dich antasten. Nichts Böses. Vers 20 in Hungersnot. Wird er dich vom was? Vom Tod erlösen. Und im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Sozusagen herrscht momentan ein Krieg ums Geld. Sozusagen herrscht momentan eine finanzielle Hungersnot weltweit. Weltweit. Und es findet eine Umlagerung statt. Können wir hier eine finanzielle Verwüstung erkennen? In dem? Absolut. Absolut. Vers 21. Vor der Geisel der Zunge wirst du geborgen sein und wirst die Verwüstung nicht was? Fürchten. Wenn sie kommt. Wenn sie kommt. Wir sollen der Dürre trotzen. Und über das werden wir zwei, drei Mal reden. Über Gedeihen oder Dürre. Gedeihen oder Dürre. Wenn die Zeichen auf Dürre stehen. Was sagt uns die Bibel? Wirst du dich nicht fürchten, wenn sie kommt. Und dann im Vers 22 wird es noch besser. Über Verwüstung und Dürre wirst du was? Lachen und vor den wilden Tieren der Erde nicht erschrecken. Hör mir gut zu. Ich weiss, vielen ist nicht mehr nach Lachen zumute. Vielen Angestellten ist nicht mehr nach Lachen zumute. Vielen Geschäftsinhabern ist nicht mehr nach Lachen zumute. Aber genau das ist das Problem. Die kollektive Depression der Dinge. Hörst du mir zu? Die kollektive Depression und Furcht, wie die Dinge stehen. Im Gesamten, im Kollektiven. Im Kollektiven. Was würde passieren, wenn alle lachen würden? Ich weiss, das sind gewisse Gedankengänge, die man nicht unbedingt in dieser Situation macht. Jemand sagt, aber Pastor, bist du dir bewusst? Wir haben nicht mehr viel zu lachen. Dann erst recht. Dann erst recht. Was ist das für ein Ausdruck? Wenn wir im Angesicht der Verwüstung und der Dürre so reagieren. Was ist das für ein Ausdruck? Ein Ausdruck des Glaubens. Ein Ausdruck des Glaubens. Wir hatten jetzt schon genügend Wort, das uns der Herr gibt und uns versichert, dass wir nicht untergehen. Amen. Dass wir darüber stehen und nicht untergehen. Genügend Wort. Nun, was würde passieren, wenn alle lachen würden? Es würden viele Dinge nicht passieren, die gerade jetzt passieren. Keine Panik. Keine Panikverkäufe. Keine Sorgen. Mein Geld geht den Bach ab. Mein Geld geht flöten. All diese Dinge. Aus was entstehen sie? Aus was resultieren sie? Aus einer kollektiven Panik, Depression und aus einer kollektiven Angst und Furcht. Dinge zu verlieren, die man so sehr festhalten will. Siehst du, das ist das Wunderbare beim göttlichen Reichtum. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Und wir werden auch nichts mitnehmen. Hör mir gut zu. Selbst wenn du ein paar Franken verloren hast. Das ist noch nicht das Ende. Und das ist noch nicht Stimmung, um in Depression und Panik zu verfallen. Sondern selbst wenn du einige Franken verloren hast. Vielleicht sogar einige tausend oder hunderttausend. Wenn du verloren hast, du wirst nichts mitnehmen. Du wirst nichts mitnehmen. Man könnte es jetzt sehen. Man könnte es jetzt geben. Natürlich ist das auch verloren. Aber trotzdem. Man muss etwas Abstand gewinnen. Stimmt's? Von diesen Dingen. Man muss es etwas nüchtern betrachten. Und man muss vor allem gemäss dem Wort handeln. In Zeiten wie diesen. Gemäss dem Wort. Über Verwüstung und Dürre wirst du lachen und vor den wilden Tieren der Erde nicht erschrecken. Denn mit den Steinen des Feldes stehst du im Bund. Und das Wild des Feldes hält Frieden mit dir. Wenn man mit Steinen im Bund sein kann, wie viel mehr bedeutet es, im Bund zu sein mit dem Allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde und Universum erschaffen hat? Amen. Vers 24. Du wirst erfahren, dass dein Zelt sicher ist. Und betrachtest du deine Wohnung, hey, so fehlt dir nichts. Amen. Was ist das für eine Zeit, wovon er redet? Nicht von der Blüte. Nicht vom goldenen Zeitalter oder der guten Jahre, alten guten Jahre von früher. Nein. Er redet von der Dürre, die gerade jetzt da ist. Die Dürre und das Verderben, das jetzt da ist. Dein Zelt ist sicher. Und deine Wohnung, in deiner Wohnung fehlt nichts. Was sagt er hier? Das Zelt und die Wohnung. Das bedeutet das Zuhause und die Firma. Das Zuhause und die Firma. Amen. Wenn du keine Firma hast, glaube für die Firma, für die du arbeitest. Das Zelt und die Wohnung, es fehlt dir nichts, wird sicher sein. Du wirst erfahren, dass dein Same zahlreich wird und deine Sprösslinge wie das Gras auf Erden. Wann ist die gute und richtige Zeit, Kinder zu machen? Vers 26. Du wirst im guten Alter begraben werden, wie man Garben einbringt zu ihrer Zeit. Das bedeutet, das Korn ist reif. Nicht grün, nicht weiss. Es ist goldig. Es ist reif. Reif zur Ernte. Du wirst im guten Alter begraben. Siehe, Vers 27. Das haben wir erforscht. So ist es. Das sollte genügen. Höre du darauf und merke dir es wohl. Ist das das Wort? Ist das die Bibel? Tönt das wie unser Vater? Absolut. Absolut. Weisst du, seine Freunde haben ab und zu, Hiobs Freunde, die mit ihm lamentierten, 42 Kapitel lang, haben ab und zu auch was Gescheites gesagt. Siehe, so haben wir es erforscht. Siehst du, sie reden nicht aus Erfahrung. Sie reden nicht aus Erfahrung. Sie haben es was? Sie haben es erforscht. Sie haben es nachgelesen. Sie haben es gefunden. Dort, wo man es finden muss. Nicht, wie Leute es erfahren. Nicht, wie Leute darüber denken. Nicht, was Leute darüber sagen. Sie haben es was? Sie haben es erforscht. Dort, wo man es erforschen muss. Das ist das Wort. Das ist das Wort. Im Wort erforscht es sich. Im Wort sehen wir die Zukunftsaussichten. Im Wort. So ist es. Höre darauf. Merke es dir wohl. Das ist ein gutes Bekenntnis. Lasst uns aufstehen. Geh mit mir zu Matthäus. Wohin? Matthäus 25. Was wollen wir hören, wenn wir vor ihm stehen? Hm? Was willst du hören, wenn du vor ihm stehst? Hä? Zwei, drei wissen es, was sie hören wollen. Hä? Willst du hören, du böser und fauler? Hm? Okay. Involviere dich, wenn du das nicht hören willst. Einige sind böse, andere sind faul. Hm? Was willst du hören? Gut so. Recht so. Du guter und talentierter Knecht. Dein Gartenseminar hat so viel gebracht. Und deine Talente sind überaus wunderbar und groß. Hat er das gesagt? Hä? Was hat er gesagt? Recht so, du guter und treuer Knecht. Siehst du, das Gleichnis heisst, das Gleichnis heisst schon von den anvertrauten Talenten. Aber eigentlich geht es nicht um Talente. Es geht um die Treue. Und es geht vor allem nicht um deine Gaben. Es geht um seine Talente. Denn von wem haben sie die Talente empfangen? Nicht von sich selbst, sondern vom Hausherrn. Von ihm. Von ihm. Und so sind wir seit einigen Wochen dabei, über Treue zu reden. Und es ist interessant. Und je mehr ich das anschaue, je mehr ich darüber meditiere, diese Dinge bewege, in meinem Geist, im Gebet, desto mehr sehe ich. Und desto mehr sehe ich auch die Wichtigkeit davon, was wir in den letzten Wochen begonnen haben, auch darüber zu sprechen, wegen Gaben und Talenten. Nochmals. Der Herr sagt nicht, recht so, du talentierter Knecht. Er sagt, recht so, du treuer Knecht. Wir haben das gesagt, eine Gemeinde sollte sich was, nie um Gaben und Talente herum formieren. Nie, nie. Siehst du, ich sehe heute viele Dinge in einem anderen Licht, als noch vor einigen Jahren. Und das ist gut so. Wir sollten fortschreiten. Die Bibel ist fortschreitende Offenbarung. Und wir sollten diese empfangen, permanent, diese fortschreitende Offenbarung. Und je mehr man eben auch darüber nachdenkt, je mehr Erlebnisse, dass man auch hat, denn ich hatte zig Erlebnisse, auch von früher, als ich in Ausbildung war, als ich Co-Pastor war, etc., etc. Ich hatte genügend Erlebnisse mit Leuten, die ihr Leben auf ihr Talent und auf ihre Gabe gründeten. Und die ihr Leben nach ihren Gaben und Talenten ausrichteten. Und wie gesagt, um das geht es hier nicht, in aller erster Linie. Selbstverständlich sollte nicht jemand im Lobpreis mitsingen, der den Ton nicht trifft. Oder es sollte niemand hinter dem Keyboard stehen, der kein Instrument spielt. Selbstverständlich ist es so, dass das nicht so sein sollte. Aber auf der anderen Seite, nur weil man ein professioneller Klavierspieler ist, auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass dein Platz hinter dem Keyboard ist. Nur weil du eine professionelle Stimme hast und gut singen kannst, bedeutet das noch nicht, dass dein Platz dort ist. Denn was heisst es hier? Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Wer wird über mehr gesetzt? Du bist nicht der Talentierte, sondern der, der treu war mit den Talenten, die er von ihm, vom Herrn, empfangen hat. Geh mit mir zum, zum, nein, bleib. Einmal sollst du ausziehen, zieh aus, einmal sollst du bleiben. Das ist wie bei Abraham und Isaac. Hör dir einfach diese Stelle an, dann gehen wir, nachher gehen wir zum Lukas-Evangelium. Hör dir einfach diese Stellen an. Hör sie dir einfach an, schreib sie dir auf, wenn du willst. Lukas, Entschuldigung, Epheser. Epheser 6. Epheser 6, Vers 21. Hör sie dir einfach an. Wir gehen zu ein paar Stellen. Epheser 6, Vers 21. Um was geht es? Es geht um Treue und um was herum sollte man eine Gemeinde formieren? Um Treue herum. Paulus sagt im 21. Vers, damit aber auch ihr wisst, Wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Was war er, der Tychikus, wie man ihn auch immer nennen will, der mit T beginnt und erst endet. Was war er? Treu, treu. Er war ein treuer Knecht. Kolosser 1, Vers 7. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Was ist Epaphras für ein Diener? Ein treuer Diener. Kolosser 4, Vers 7. Kolosser 4, Vers 7 bis Vers 9. Kolosser 4, Vers 7 bis Vers 9. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Ich sage dir, wenn du zweimal erwähnt wirst in der Bibel, das bedeutet was. Vor allem bei Paulus, denn Paulus hatte keine Lieblinge. Bei Paulus war es Spurten oder Gehen. Und wenn er zweimal denselben erwähnt, hey, das bedeutet etwas. Und er erwähnt wieder genau dasselbe, der treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet, zusammen mit Onesimus, dem was? Treuen. Und geliebten Bruder, der einer der euren ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Was schickt Paulus für Leute? Wen sendet Paulus? Treue, nicht Talentierte, nicht Begabte. Er schickt die Treuen, denn diese zwei müssen predigen. Die schickt er zu ihnen, damit sie ihnen das Wort austeilen, damit sie ihnen Bericht geben, wie es um ihn steht. Diese Leute reden vor den Leitern und Ältesten, der Leadership. Wen schickt er? Die treuen Leute. Zweiter Thessalonicher. Zweiter Thessalonicher, drittes Kapitel. Zweiter Thessalonicher. Drittes Kapitel. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlich wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu. Im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Wir trauen euch das zu. Was sagt er damit? Er vertraut die kostbaren und wichtigen Dinge im Leben treuen Menschen an, weil der Herr treu ist. Weil er treu ist. Geh noch zum zweiten Timotheus. Zweites Kapitel, Vers 2. 2. Timotheus 2, 2. Du nun, mein Sohn, Vers 1, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Vers 2, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. auch hier wieder. Was befähigt die Menschen? Was befähigt sie? Ihr Talent? Hm? Was befähigt sie hier in diesem Fall? Ihre Treue. Ihre Treue. Aber ich sage dir, beides beginnt mit T, aber wenn du das hörst, Talent, Gaben, dann sollte das Allererste sollte in dir läuten, Treue. Treue. Und du solltest es prüfen, um was geht es? Um was geht es in meinem Leben? Es geht immer in allererster Linie um Treue. Jetzt gehen wir mit mir zum Lukas 16. Um was formierte Paulus seine Leiterschaft, seine Gemeinden, und was herum formierte er sie? Was teilte er ihnen? Was teilte er Wichtiges zu? Welchen Menschen teilte er Dinge zu? Wichtige Dinge? Welchen Menschen vertraute er wichtige Dinge an? Und was formierte er sich? Um treue Menschen. Um Treue. Treue. Und deswegen ist es so, das haben wir letztes Mal auch etwas schon erwähnt. In Lukas 16 und Vers 12 Und wenn ihr mit dem Gut eines Anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Wenn ihr mit dem Gut eines Anderen nicht treu wart, wer wird euch eures geben? Wir haben das gesagt. Siehst du, Treue definiert sich immer via eines Anderen. Oftmals kennen wir diesen Vers oder diesen Spruch, bleib dir selbst treu. Nun, wahre Treue wird nicht in Bezug zu dir selbst definiert, sondern immer in Bezug, wenn es um das Gut einer anderen Person geht. Wirklich treu sein kann man nur via und über eine andere Person. Warum? Weil es nicht ein eigenes ist. Und hier offenbart sich der Charakter eines Menschen. Geht er mit dem Gut eines Anderen genauso sorgfältig um wie mit seinem eigenen? Genau dort offenbart es sich gehorsam diszipliniert zu sein mit eigenen Dingen genau zu sein mit eigenen Dingen Dinge genau zu machen das ist das eine für sich selbst aber dort definiert sich noch nicht die wahre Treue denn sonst würde er uns das hier nicht sagen denn das ganze 16 Kapitel hier bis um mit Vers die Hälfte sagen wir die Hälfte bis um mit Vers 15 hier geht es um nichts anderes als um göttliche Treue wie man wirklich treu ist darum sagt er wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart nicht treu wart wer wird euch das eure geben oder wie könntet ihr sagen dass ihr selbst treu sein würdet viele Menschen denken sie seien treu das Buch der Sprüche sagt es uns wer findet einen treuen Menschen viele rühmen sich ihrer eigenen Güte und Treue aber finden wir wirklich treue Menschen und um das geht es um das geht es jeder möchte von sich selber sagen ich bin ganz sicher ein treuer Mensch aber ist es auch wirklich so und hier in diesem Zusammenhang in diesem Zusammenhang habe ich noch eins gesehen das sehr sehr wichtig ist und darum wollen wir hier etwas weitermachen wo wir auch letztes Mal begonnen haben und zwar mit dem Gut eines anderen treu zu sein und im Vers 10 heisst es wer im geringsten treu ist der ist auch im grossen treu wer erhält den Segen das geringere wer wird gesegnet immer das geringere das geringere empfängt den Segen aber hier habe ich gesehen auch in Verbindung mit Matthäus 25 wo er ja den guten Knecht lobt aufgrund seiner Treue und nicht aufgrund seiner Talente warum geht es eigentlich nicht so sehr um Talente sondern viel viel mehr um treu sein ich meine will uns der Herr den Spass verderben will er will er uns noch unseren letzten Strohhalm rauben will er den Menschen noch den letzten Halt rauben den sie haben weisst du bei wie vielen Menschen das Leben in der in der Brüche liegt aber sie klammern sich an ihre Gabe das ist meine Gabe zwar alles andere liegt in den Brüchen liegt in den Scherben aber das ist meine Gabe diese Gabe die mir Gott gegeben hat und diese Gabe kann ich festhalten nun ich sage dir eins ich rede jetzt unter anderem auch aus Jahre Jahrzehnten von Erfahrung wo ich solche Dinge gesehen habe Menschen klammern sich an ihre Gaben halten fest an ihren Gaben wie wenn es der letzte Strohhalm ist das ihnen noch irgendwie etwas an Freude bereitet in ihrem Leben und ich sage dir eins das findet man allzu oft in christlichen Kreisen allzu oft vielleicht zu oft habe ich diese Dinge gesehen zu oft man klammert sich daran aber hier wollen wir die Dinge wirklich betrachten wie sie sind oder wollen wir in einer Welt leben die gar nicht so real ist wie sie uns ab und zu so scheint hier sehen wir etwas anderes warum geht es nicht so sehr um Talente als um Treue denn wir haben ja gesehen wenn ihr nicht mit dem Gut eines anderen treu wart wer wird euch das eure geben warum geht es um Treue nicht Talente wenn es darum gehen würde wenn es nur um die Talente gehen würde dann würdest du es tun dann würdest du es tun auf deine Art und Weise das würde passieren das würde passieren wenn es nur um Talente gehen würde dann würdest du es machen ausüben nach deinem Gutdünken denn schliesslich hat mir der Herr ja etwas gegeben und jetzt sollte ich damit etwas tun und das ist was oftmals passiert Leute tun Dinge in dem Sinn oder in dem Fall nach ihren eigenen Wegen nach ihren eigenen Wegen gehen wir mit mir zum ersten Korinther 4 ersten Korinther 4 Vers 1 und Vers 2 das Lieblingsstück das Lieblingsmusikstück von vielen Menschen ist I did it my way und die von der älteren Generation wissen vermutlich noch wer es gesungen hat I did it my way das ist das Lieblingsstück von vielen Menschen auf dieser Welt das ist das Favorite das ist das der Song auf den viele Menschen sich stützen das ist der Traum von vielen Menschen das Leben zu leben I did it my way so wie ich es will so wie ich es sehe auf meine Art und Weise auf meine Art und Weise nun hast du ersten Korinther gefunden währenddem ich gesungen habe ein weltliches Stück 1. Korinther 4 Vers 1 so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes im Übrigen im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt dass er treu erfunden wird ein Haushalter ist ein Verwalter ein Haushalter Gottes ist jemand der über die Angelegenheiten eines Herrn oder eines Hauses gesetzt ist das bedeutet der Verwalter oder der Haushalter ist ein Manager von den Dingen Gottes von den Gütern Gottes von den Plänen und auch Absichten Gottes ein Haushalter managt die Dinge die ihm der Herr gibt ein guter Haushalter er sagt sogar Paulus sagt sogar im Übrigen wird von einem Haushalter was verlangt nur was verlangt dass er treu erfunden wird dass er treu ist und zwar genauso wie es sein Herr ihm gesagt oder gezeigt hat genauso siehst du darum die Geschichte dort eigentlich von Lukas 16 mit dem Gut eines anderen treu zu sein das ist die Geschichte vom unehrlichen Verwalter und dieser unehrliche Verwalter wird gefeuert dieses unehrliche Verwalter wird gefeuert von seinem Managing Posten die Dinge seines Herrn zu managen und zu verwalten warum weil er die Dinge verschleudert hat darum wurde er entlassen nun er ist ein absolut gerissener Verwalter er hat mit Geld zu tun und oftmals werden die Leute sehr gerissen wenn es mit Geld zu tun hat weil sie denken sie können alles mitnehmen was tat er er liess die rufen die Schulden hatten und er liess die Schulden ändern damit die Differenz in seinen Sack kommt schreibt Flux anstatt 100 schreibt 50 schreibt Flux das schreibt das damit er abzweigen kann in seinen Sack nun zu diesem Zeitpunkt war er eigentlich schon gefeuert also er arbeitet an seiner Pension er arbeitet an seiner Vorsorge aber der Herr sagt siehst du der Herr tadelt ihn selbst wenn der Herr sagt die Kinder des Lichts sind die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts in diesem Zusammenhang tadelt er ihn doch er ist ein untreuer Verwalter ob schon er gerissen ist er ist ein gerissener Kerl aber er ist untreu Punkt er hat nichts an Treue und er managt die Dinge nicht zur Zufriedenheit seines Herrn darum wird er ja entlassen was bedeutet das siehst du was tut ein Verwalter was sollten wir als Verwalter Gottes tun wir sollten die Dinge so managen wie er es möchte wie er es sagt und wie er es uns gezeigt hat und nicht I did it my way nicht nach deiner Art und Weise sondern nach seiner Art und Weise und das macht Treue aus siehst du kannst du sehen warum es nicht geht selbst in dem Sinn treu zu sein selbst treu zu sein ist ich tue es wie ich es will aber in dem Moment wo du treu sein musst über mit oder für oder über das gut einer anderen Person geht es nicht mehr darum wie du es tun würdest sondern wie der andere möchte dass es getan wird und darum gibt es ein Leiden wenn man treu sein will nicht seinen eigenen Weg zu bekommen nicht seinen eigenen Weg zu bekommen das ist das Leiden das ist was schmerzt das ist was weh tut in der Treue man muss es so tun wie es der andere will sonst ist es nicht Treue auch kannst du sehen sonst ist es nicht Treue du sagst Pastor Erich du redest von Treue am Arbeitsplatz von Treue in der Familie Treue in der Gemeinde darf man dann keine Vorschläge bringen doch natürlich aber bereite dich auch auf Nein vor oder auf Antrag abgelehnt denn was wollen die meisten Leute hören wenn sie einen Vorschlag machen gut so recht so du guter und treuer Knecht das willst du hören stimmt gute Idee guter Vorschlag aber weisst du was was ist wenn Antrag abgelehnt wird und der Antrag kommt eingeschrieben zurück hm so viele Leute lassen sich verletzen kränken und werden genau wegen diesen Dingen untreu gehen wir mir zum Prediger Prediger 10 praise the lord lass mich hier meine notizen suchen habe heute drei predigten mitgenommen prediger 10 hast du es gefunden prediger 10 worin liegt das leiden eines treuen den song nicht mehr zu singen zu können darin liegt das der punkt denn warum geht es nicht um Talente nochmals warum geht es nicht um Talente Talente wenn es um die Talente gehen würde dann würdest du müssten wir sagen you do it your way du tust es wie du es siehst und darum geht es nicht um Talente sondern um Treue denn in dem Moment wo es um Treue geht es ist es nicht mehr your way sondern his way sein Weg oder der Weg eines anderen weil es ja das gut eines anderen ist natürlich darf man Vorschläge machen Verbesserung kann man das so tun oder natürlich kann man das machen aber du solltest dich auf nein auch einstellen und genau das tun es oftmals Leute nicht in dem Moment wo es ein nein ist Antrag abgelehnt ist dann beginnt ja aber warum und wieso und man redet schon drei Stunden darüber und in dem Moment wird man untreu in dem Moment wird man untreu siehst du und weil viele in dem Moment eben nicht verstanden haben was Treue ist nur auf ihre Talente geschaut haben nur auf ihr Talent schauen werden sie in dem Moment wo sie ein nein hören werden sie gekränkt sie werden sie verletzt sie werden verletzt sie werden gekränkt und dann werden sie untreu in dem das passiert bist du bei Sprüche 10 oh ja Prediger treu wie ihr seid preis dem herr antrag angenommen prediger 10 vers 4 wenn der unmut des herrschers gegen dich aufsteigt so verlasse deinen posten nicht denn gelassenheit verhütet grosse sünden lasst es mir hier noch von zwei drei anderen übersetzungen vorlesen wenn ein Machthaber zornig auf dich ist dann vergiss nicht dass du ihm unterstellt bist bleib gelassen dadurch vermeidest du grosse fehler ist das weisheit all die die Arbeitgeber sind kennt ihr das jetzt musst du dich nicht outen aber ich weiss dass es so ist eine andere übersetzung wenn der zorn des herrschers gegen dich aufsteigt so verlasse deinen platz nicht denn gelassenheit verhindert grosse sünden oder in der übersetzung neues leben heisst es wenn dein vorgesetzter hast du vorgesetzte siehst du wir alle sollten ein unter und übergeordnet sein jeder sollte jemand über sich haben auch unter sich haben sagst ja ich bin Hausfrau mein Mann ist über mir wer ist unter mir ich habe niemand der unter mir ist nun deine kinder sollten nicht über dir stehen stimmt wem stehst du vor als Hausfrau als Mutter kindern deinen kindern und der platz der kinder leider in der heutigen zeit ist so oftmals entweder gleich oder wenn man ganz genau hinschaut so oftmals darüber sie tun was sie wollen und alles ist okay ist es nicht ist es nicht wer ist über wem wer ist wem zugefügt angefügt über und darunter Fügung das ist Fügung siehst du eine treue Person ordnet sich immer dem Willen eines Anderen unter denn es ist ja nicht ihr gut erinnerst du dich treu zu sein mit dem gut einer anderen Person eine treue Person ordnet sich immer dem Willen eines Anderen unter erinnerst du dich wie Jesus betete in dem Moment als er versucht war untreu zu werden im Garten erinnerst du dich was er betete Vater wenn es geht lass diesen Kelch was an mir vorüber gehen was ist das nächste was er betet nicht mein Wille geschehe sondern wessen Wille dein Wille war Jesus treu blieb er treu bis zum Ende eine treue Person ordnet sich immer dem Willen einer Anderen unter immer Jesus das Beispiel überhaupt von Treue und hier das ist was so oftmals passiert wenn ein vorgesetzter zornig auf dich ist das ist noch das neue Leben verlass deinen Platz nicht übereilt bleibe gelassen so kannst du schwere Fehler verhindern ich sag dir das sollte hell rot grün gelb super super hell grün orange rot gelb hellgrün dunkelgrün in deiner Bibel aufleuchten diese Vers wenn du ihn noch nicht markiert hast dann solltest du es heute Abend tun oder heute Mittag tun nach dem Gottesdienst oder jetzt tun aber ich sag dir wie viel hätte schon verhindert werden können wenn man bloß tun würde was die Schrift sagt siehst du um was geht es hier was geht es hier Leute verlassen ihren Platz wegen einer Kränkung oder einer Beleidigung ob schon der Herr nie ein Okay gegeben hat den Platz zu verlassen und in dem an dem Moment an dem Tag wo du vor ihm stehst und sagst ich hab den Platz verlassen weil beim Vorgesetzten war es so schlimm zu mir weil er so mich gekränkt und verletzt hat der Herr wird das nicht absegnen er wird nicht sagen gut gemacht er wird nicht sagen ich verstehe dich sondern was haben wir gelesen verlasse deinen Platz nicht verlasse deinen Ort nicht so viel ist schon geschehen in all diesen Bereichen Familie Arbeitsplatz Menschen verlassen ihren von Gott gegebenen Platz und in dem Moment laufen sie aus dem Segen raus in dem Moment verlassen sie ihren gesegneten Platz sind nicht mehr an ihrem Ort weil sie ihn verlassen denn es heisst ja schliesslich der Vorgesetzte war zornig der Vorgesetzte hatte ein Problem mit dir und er hat es dir gesagt und es kam dir vielleicht in den falschen Hals mag alles stimmen und sein gibt uns das ein Recht zu sagen that's it das war's nein so vieles ist schon geschehen aufgrund von Voreile reagiere nie aufgrund einer Beleidigung reagiere handle nie aufgrund einer Beleidigung weisst du wie viele Menschen nicht mehr in Gemeinden gehen nicht mehr in Gemeinden sind weil sie beleidigt worden sind und sie agieren reagieren aufgrund von Beleidigungen und Kränkungen das war's mit den Leuten bin ich durch was sagt uns die Schrift shut up Hals Maul damit nicht noch grössere Fehler und Sünden passieren eine Sünde reicht selbst wenn der Vorgesetzte falsch liegt selbst wenn er völlig neben den Schuhen steht eine Sünde reicht verdopple sie nicht kannst du sehen selbst wenn es so ist okay okay schluck es smile und geh weiter es wird still es hat einen Grund dass es still wird kannst du sehen dass Menschen auf der Strecke bleiben verletzt gekränkt und dann was passiert sie verlassen ihren Posten das ist untreu wenn der Herr uns einen Posten gibt dann sollten wir den Posten halten Egal ob du dich gut oder schlecht fühlst Egal ob stürmische Zeiten sind oder ob Wind still ist Egal ob die Leute es sehen oder es nicht sehen Egal ob Leute mit oder gegen dich sind wir sollten unseren Posten halten fühl gut fühl schlecht Tag ein Tag aus Jahr für Jahr halte den Posten halte den Platz halte den Posten und dann wenn wir das tun handeln wir nicht mehr aufgrund von was Talenten sondern aufgrund von Treue denn siehst du das habe ich schon so oftmals beobachtet Menschen verlassen einen Posten in den sie eingesetzt worden sind aufgrund ihres Talentes aber drei vier Jahre später öffnet sich ein noch grösserer Posten irgendwo auf einer anderen Ebene oder an einem anderen Ort oder in einer anderen Gemeinde oder in einem in einem anderen Business sie verlassen ihren Posten aufgrund von ihren Gaben und Talenten wir suchen auch einen Lobpreisleiter aber wir haben 500 Leute du hast solch ein wunderbares Talent komm zu uns und seit vier Jahren singst du vor 30 Leuten ist das eine Legitimation um den Posten zu verlassen damit man nachher vor 470 mehr singen kann nein 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 so viele Menschen verlassen ihren Posten es ist so schade ich sage dir es ist so tragisch aufgrund vom einen oder vom anderen aufgrund ob du jetzt gekränkt bist oder nicht oder verletzt wurdest oder aufgrund ob du findest dein Talent und deine Gabe ist ja so speziell Leute verlassen beständig ihren Platz das sollte nicht so sein schau dir das an Hebräer hast du noch etwas Zeit Hebräer 3 hast du dein Kapitel gelesen diese Woche hm ok ich auch Hebräer 3 Hebräer 3 was wenn ich eine Woche verpasse mein Kapitel zu lesen dann hol es nach Hebräer 3 was wenn ich das ganze Jahr schon verpasst habe steigt oder nein wo wir jetzt sind Hebräer 3 wir lesen Abvers 1 daher ihr heiligen Brüder die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus welcher dem treu ist der ihn eingesetzt hat wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus als du das diese Woche gelesen hast sind die die Worte Treue herausgestochen wir sind sie wie auch Mose es war in seinem ganzen Haus denn dieser ist grösserer Ehre wert geachtet worden als Mose wie ja doch der welcher ein Haus gebaut hat mehr Ehre hat als das Haus selbst denn jedes Haus wird von jemandem gebaut der aber alles gebaut hat ist wer Gott auch Mose ist was gewesen treu als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen was verkündet werden sollte Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft fest halten Christus war treu ist treu über sein Haus wer ist sein Haus wir sind es Mose war treu über das andere Haus sozusagen was war das Haus über das Mose treu war es war die Stiftshütte siehst unter dem alten Bund war das Haus etwas physisches unter dem neuen Bund ist das Haus ist der Leib des Gläubigen unter dem alten Bund war es der Tempel war es die Stiftshütte war es etwas physisches ein Gebäude Schattenbild für das kommende in Christus dass wir jetzt seine Häuser sind mit unserem Körper aber siehst du wäre der Erste nicht treu gewesen der ein Abbild und Schatten ist was war Mose was hat wir gelesen er war treu über das Haus über sein Haus das Haus das der Herr gebaut hat denn er ist der Erbauer stimmt Mose war nicht der Erbauer sondern bloß der der es ausführte wer war der Erbauer Gott Gott war der Erbauer was hat mir vorher gelesen was wird von einem Verwalter vom Manager vom Ausführenden was wird von ihm verlangt lediglich was Treue und wie drückt sich diese Treue aus es so zu tun wie der Hausherr es haben will nicht nach deinem eigenen Willen und gut dünken stimmt so wie es der andere haben will darum ist es das gut des anderen das ist das bestechende bei Mose geh ganz kurz zurück zum zweiten Mose 25 das ist das bestechende bei ihm oh ich sage dir wenn du das begriffen hast wenn du das siehst dann bist du ein grosses Stück weiter in der Treue dann kannst du den Song ein für allemal begraben I did it my way schau dir das an ab dem 25 Kapitel sehen wir wie die Stiftshütte gebaut werden soll und es beginnt mit den freiwilligen Gaben für die Stiftshütte und im Vers 1 heisst es der Herr redete zu Mose gab der Herr ihm Anweisung ja und dann sagt er im Vers 9 genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild all ihr Geräte gezeigt habe so sollst du es machen wie genau so kannst du mir folgen wer redet zu Mose der Herr wer ist der Erbauer Gott wie will Gottes haben wie er die Stiftshütte haben exakt genauso wie er sie haben will kannst du sehen kannst du mir folgen so weit ok muss sein Zahn zulegen sonst will niemand verlieren jetzt kannst du sehen genauso genauso und dann heisst es im Vers 10 vom 2. Mose 25 und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen 2,5 Ellen soll ihre Länge sein 1,5 Ellen ihre Breite 1,5 Ellen ihre Höhe jetzt beginnt die Detailarbeit jetzt beginnen sie mit der Bundeslade zuerst und um die Bundeslade sozusagen bauen sie die Stiftshütte kannst du sehen dass dies ein ganz bestimmtes Mass war kein Ele länger kein Ele kürzer kein Zentimeter dicker oder dünner ein ganz exaktes Mass und jetzt siehst du ab Vers 11 etwas das du im Kapitel 25 im Kapitel 26 im Kapitel 27 für die nächsten Kapitel immer wieder siehst es ist immer wieder dasselbe die sollst du Vers 12 so sollst du Vers 13 Vers 14 15 17 du sollst es so machen so soll es aussehen so sollst du es tun so sollt dir es anfertigen so soll es gemacht sein so macht es das siehst du für die nächsten Kapitel permanent tut es so genau so wie ich es will wie ich es will schau dir das an Vers 40 2. Mose 25 Vers 40 achte sorgfältig darauf dass du was alles genau ganz genau was nach dem Vorbild machst dass ich dir auf dem Berg gezeigt habe wie soll er das machen wie er will I did it my way wie soll er das machen genauso wie es ihm der Herr gezeigt hat nicht anders wir müssen vorsichtig sein mit Verbesserungen und Verbesserungsvorschlägen gewisse Dinge sind tatsächlich verbesserungswürdig aber gewisse Dinge sollten genau so sein wie sie sind man hätte den ganzen Tabernakel man hätte dann das ganze Zelt mit Gold überziehen können oder in Gold bauen können oder aufstellen können aber der Herr sagte nein genau so so achte darauf so sollst du es machen dann wird darüber gesprochen über die goldenen Leuchter es wird über die Bretter für die Wände gesprochen für die Stiftshütte es wird über die Vorhänge gesprochen es wird über den Vorhof über den Eingang über den Brandopferaltar ja es wird sogar wie die Priester sich anziehen müssen darüber gesprochen und jedes Mal heisst es so sollst du es machen so genau so so sollst du es machen geh mit mir zum 26. Kapitel Vers 30 wenn du das lesen würdest diese Kapitel würdest du ein Faden am anderen hier sehen zieht sich immer durch dasselbe Vers 30 so sollst du so sollst du die Wohnung errichten nach der Weise nach der Art und Weise wie du es auf dem Berg gesehen hast und im Kapitel 27 und Vers 8 heisst es aus Brettern sollst du ihn herstellen das ist der Brandopferaltar so dass er inwendig hohl ist wie wie wer wie wer hat es ihm gezeigt wie ich es dir auf dem Berge was gezeigt habe genauso exakt so weisst du warum Mose erwähnt wird im Hebräer 3 als treuer Mann Gottes der das Haus ausführte baute weil er es genauso tat weil er es genauso tat auf diese Weise wie der Herr es ihm gezeigt hat siehst du Mose hätte sagen können ich kann ein schöneres Haus bauen immerhin war er Prinz von Ägypten er hatte die beste Schulung er arbeitete mit an den Pyramiden er war architektonisch vermutlich sehr sehr begabt man hey wir bauen Pyramiden und jetzt ein Zelt warum sagt ihm der Herr exakt so genau so will ich es und die Wände und die Bretter sollen so aussehen Mose würde sagen aber ich habe schon viel grösseres gezeichnet auf dem Reisbrett ich habe schon viel grösseres geplant ich habe schon viel grösseres erbaut könnte Gott nicht grösser als Pyramiden bauen natürlich aber was testet er oh komm 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 was testet er Treue seine Talente als Hochbauzeichner seine Talente als Tiefbauzeichner seine Talente als Pyramiden Zeichner seine Talente als Berechner von Gewicht und was sich tragen lässt nein was testete er Treue ich meine der Mann war ausgebildet er hatte die beste Schule als er Prinz von Ägypten war er hatte das Beste vom Besten die beste Ausbildung den besten Abschluss das Beste vom Besten die besten Teachers die besten Professoren er war schliesslich am Hof angeschwemmt das Baby aufgenommen in den Hof was testet der Herr Treue ich meine jetzt bauen wir ein Zelt und er ist noch mobil wir haben schon ein Zelt ein richtiges grosses eins das steht ein Zelt mach mir ein richtiges Zelt ein Zelt mobil nur so viel Elen nur so gross nur so lange hm der Vorhof mein Vorhof ist halbe Ägypten der Herr sagt exakt so will ich es haben hätte er es nicht exakt so gemacht wäre er nicht als treu erfunden worden auch kannst du sehen um was es geht wirklich zu lernen treu zu sein kannst du sehen dass es nicht mehr um deine Talente geht sondern um das Gut eines anderen und wenn du treu sein willst mit dem Gut eines anderen dann tust du es so exakt so wie es der andere sagt und wie der andere es haben will kannst du es sehen darf ich Vorschläge bringen ja aber sei gefasst dass man sie ablehnen könnte in Taten Wahrheit Mose brachte gar keine Vorschläge meine die Kleider der Priester vom Kopf bis zum Zipfel war vorgegeben gibt es nicht eine gute Schneiderin in Israel gibt es nicht eine Frau die etwas drauf hat etwas zu schneidern warum müssen wir von Kopf bis Fuss wissen wie der Heupriester und der Priester angezogen sein muss ich meine wir können auch Kleider machen können wir aber nicht so wie der Herr es will weisst du im 11. Januar werden wir die Vision präsentieren wenn es um unser Haus geht weisst du wie wir es bauen werden so wie die erste Reihe es will exakt so er will aber hier ist der Punkt jemand muss entscheiden wie er es will darum heisst es mit dem Gut eines anderen treu sein wer entscheidet wie er es will wer entscheidet jemand sagt Pastor Erich sollten wir nicht die Dinge tun wie Gott will absolut 100% nur so aber jemand muss entscheiden was er will jemand muss entscheiden was er will wie er es will und das hängt nicht an Gaben das hängt nicht an Talenten und Gaben sondern wer dafür am meisten qualifiziert ist wer dafür die Sauberung hat das müssen wir unbedingt sehen wenn wir treu sein wollen dann gehst du immer via eines anderen immer via eines anderen weil dort lernt man richtige Treue und wenn man via eines anderen geht dann lernt man so viel sagst du aber ich leide dann so viel ich sag dir eins das andere leiden wäre viel schlimmer das andere leiden wäre viel schlimmer das leiden es so zu tun wie du willst und später herauszufinden und zu sehen das war nicht gut siehst du Dinge zu tun wie ich sie will und dann nach 10 15 20 Jahren zu erkennen oh mein ich habe einen Fehler gemacht das leiden ist grösser als das kurze leiden von it's not my way sondern his way so wie er will nicht meine art und weise seine art und weise das mag im moment einem fleisch etwas wehtun aber später ist die freude umso grösser es ist viel schlimmer später zu sehen my way und zu sehen dass ich dem herrn untreu war schmerzt viel mehr oh kannst du das sehen kannst du das sehen hm hm um was es geht seine art und weise lasst uns aufstehen seine art und weise währenddem wir das Abendmahl nehmen wollen wir erwähnen was jesus sagte hört ihr einfach zu was er sagte jesus sagte im johannes 5 vers 19 wahrlich ich sage euch der sohn kann nichts von sich selbst aus tun sondern nur was er den vater tun sieht denn was dieser tut das tut gleicherweise der sohn nach wessen weg hat er es getan seinem weg nicht seinen eigenen seinen weg es heisst weiter im vers 30 ich kann nichts von mir selbst aus tun wie ich höre so richte ich und mein gericht ist gerecht denn ich suche nicht meinen willen sondern den willen des vaters der mich gesandt hat im 8. kapitel sagt jesus diese markanten worte und der welcher mich gesehen hat gesandt hat der welcher mich gesandt hat ist mit mir der vater lässt mich nicht allein denn ich tue alle zeit was ihm wohl gefällt ich tue alle zeit was ihm wohl gefällt war jesus treu bis zum ende bis zum ende war er treu er tat alle zeit was des vaters gefallen hat er tat nicht was er wollte er tat nicht seine eigenen wege er machte was er den vater sah tun und in dem moment was er am meisten versucht war betete er das richtige gebet nicht mein wille sondern dein wille geschehen darum wird sich treue immer dem willen eines anderen unterordnen immer nicht mein dein wille geschehen halleluja heute nehmen wir das ab mal ein und es soll anders geschehen als bisher amen nimm es ein in bezug zur treue mach eine entscheidung zur treue mach eine entscheidung dass du erwähnt wirst es mag vielleicht nicht in der bibel sein aber andere können dich erwähnen als treuer man treue frau darf ich bitten dass ihr von dieser seite zuerst nach hinten und dann hier zu mir nach vorne kommt lasst uns das ab mal zusammen einnehmen darum werden wir es am platz nehmen warte einen moment bis du am platz sitzt werden es dann gemeinsam nehmen mit Untertitelung des ZDF, 2020 Halleluja Entkränkungen und Verletzungen da sind Eines Herrschers, der über dir war Es ist jetzt die Zeit, um zu vergeben Es ist jetzt die Zeit, um das abzuschliessen Selbst wenn du deinen Posten verlassen hast Deinen Platz verlassen hast Wenn du kannst Geh zurück Wenn du nicht mehr kannst Dann vergib der Situation Der Person Von einem Haushalter wird etwas verlangt Dass er treu Treu bist Manager Über die Dinge Gottes, die ihm gegeben worden sind Halleluja Lasst uns essen Der Herr hat im Sinn Dir dein eigenes zu geben Haben wir nicht gelesen? Wenn ihr nicht treu mit dem Gut eines anderen wart Wer will euch Das eure geben? Er hat es im Sinn Dass du dein eigenes bekommst Er hat es im Sinn Dass du dein eigenes empfängst Jawohl Er hat es im Sinn Dass du direkt Von ihm hören kannst Und nicht mehr Nur Über eine andere Person Gehen kannst Oder musst Er hat es im Sinn Dich zu qualifizieren Für dein eigenes Aber was muss passieren Bevor man für sein eigenes qualifiziert? Man muss den Test bestehen Man muss den Test bestehen Und mit dem Gut des anderen Zuerst treu gewesen sein Dann wirst du dein eigenes empfangen Aber der Test Es ist wie in der Schule Muss zuerst bestanden werden Und wer wird gesegnet? Es ist immer das Geringere Das Geringere erhält den Segen Wer im Geringsten treu ist Wird über mehr gesetzt Wird über Grosses gesetzt Aber der Test ist da Der Test Die Prüfung Zuerst treu zu sein Via Eines Anderen Das ist die Prüfung Die ist da Und dann werden wir Unser eigenes empfangen Wirst du dein eigenes empfangen? Mehr und mehr Halleluja Ist das nicht wunderbar? Der Herr hat es Für dich bereit Es liegt da Aber man muss auch dafür qualifizieren Lass uns trinken Halleluja Siehst du Gute Leiter Korrigieren Wenn es notwendig ist Gute Leadership Wird es nicht immer zulassen Das man es auf seine Art und Weise tut Wenn man wirklich an dem anderen interessiert ist Dann lässt man es nicht zu Dass es seine eigenen Wege geht Sondern man macht Die Person darauf aufmerksam Leiterschaft Gute Leiterschaft Wird es tun Amen Und darum Gibt es nichts zu verlieren Siehst du Leute denken Sie verlieren etwas Wenn man nicht ihre Vorschläge umsetzt Und wenn man nicht Ihren Willen umsetzt Nein Es gibt nichts zu verlieren Es gibt nur zu gewinnen Amen Und selbst wenn du etwas verlieren würdest Selbst wenn du wüssten würdest Das wäre richtig Dass man das so und so tut Am Arbeitsplatz Zuhause in der Familie Oder in der Gemeinde Selbst wenn du wüsstest Das wäre richtig Wenn man das tun sollte Handle nicht Über den Zorn Und wegen des Zorns Des Vorgesetzten Dass noch nicht mehr Sünden passieren Selbst wenn du es wüsstest Was lernst du dabei Treu zu sein Treu zu sein Treu zu bleiben Du wirst immer gewinnen Aber Leute verlieren dann Wenn sie sich kränken lassen Leute verlieren Wenn sie sich verletzen lassen Denn dadurch werden sie untreu Und dann verlieren sie Aber nein Treue kann nur gewinnen Halleluja Preis dem Herrn Halleluja Alle happy Wir brauchen die richtige Diät Stimmt? Es kommen wieder die Zeiten Wo wir jubeln und hüpfen werden Aber wir brauchen die richtige Geistliche Balance Und die Diät Amen Preis dem Herrn So wünschen wir euch Eine schöne Woche Eine gute Woche Eine Woche Wo ihr euch In der Treue Üben könnt Wieder schauen Bis zum nächsten Mal